Wir wollen aber zwirbeln. Ja, Ante, Marte. Wow, wow, wow. Okay, Colin, das ist jetzt eine Aufnahme. Wir wollen aber zwirbeln. Also mit wir meinst du hoffentlich nicht nur ich. Hier, Ototo, sag doch nochmal was Colin gesagt hat. Wie du holst das bitte? Ich hab so ein schlechtes Gehör auf der Seite, seitdem ich mich selber verprügelt hab. Colin hat irgendwelche unnötigen Sachen gesagt, die... Er muss mit Z, oder? Colin, das war nix. Z, Z. Oh, Parcher State. Ich wollt grad sagen, ey! Er kommt da hoch. Ey, das musst du jetzt nochmal machen, Steffen. Irgendwie schon. Das sind die Würmer, du weißt schon, für den ersten Mal. Also, das sind einfach die Würmer, du weißt schon. So. Und damit alle. Herzlich willkommen zurück zu... Link. Du. Bitte. Genau, mit unserem Helden Zelda. Das ist Link. Das ist Zelda, ganz klar. Mensch, Pia, du hast echt keine Ahnung. Wie ist denn einer, der es so sagt, ey? Jedes Kind weiß, das ist Zelda. Zelda ist gelösse Frau, Mann. Zelda ist ganz klar im Männerraube. Das ist eine Frau. Eindeutig. Eindeutig. Das da sind roter und blauer Planeten. Also, weißt du, blauer Planeten. Und wenn die gritzeln, ist es... Oh, da war ein roter Planeten. Ja, genau. Oh, ich finde es noch gefallen. Es ist gut. Geht so. Und Stefan, ein Lover. Und das ist... Oh, die macht das immer. Weißt du, die hat das total geil, Mann. Die kriechtet ihn immer total. Dann kommt er immer wieder am Anfang der Distanzion zurück. Und wieder. Wuhuu. Wuhuu. Roter Planeten. Yeah. Disco-Planet. Am Arsch. Alter, Mann. Disco-Planet in seiner ganzen Kraft. Oh, die Blut. Oh, ich sehe vorher, macht ihr Glazer. Oh. Glazer-Planet. Boah. Das ist auch ganz oft. Nein! Ja, der Scheiß, Mann. Nein! Ey, du hast die Hand ausgewicht. Ja. Das hast du erst mal als am Anfang geladen. Oh, pscht. Ganz kurz ruhig sein. Das Geräusch. Ja, es piept. Juck, juck, juck. Hui. Ach, Gott. Ganz sehr furchtend. Letzte Aufnahme. Da haben wir eine Spur gegen den Tempel. Und dann kam die ganze dieser Hand. Das war sehr anstrengend. Oh, da ist die wieder. Oh, schau doch mal. Oh, Glauer Planet. Glauer Disco Cool Planet. Glauer Planet. Glauer Planet. Hier ist der Bock ohne Ende in das Spiel. Und das sind die Bandagenfetischisten. Ich meine, sie sind die Bandagenfetischisten. Ja, du aber auch, ey. Du, ey, bist du. War mir hier nicht schuldig. Ja, du wurdest ja von der Hand gegriffen, als du gesagt hast, aber nicht mal die Aufnahme. Ah ja, genau. Da war ja was. Juck, 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 juck. Alter, Mann. Das muss ich. Lalalala. Aaaaah. Okay. Fick die Selle. Oh, ja. Oh, ja. Ne, ich hab's ja voll drauf. Sobald die Handballbriefe sind. Oh, ja. Steffen ist der absolute Froh im Spiel. Ja, ja. Da gibt's nicht Mühe. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja auch Steffen das erstes Mal. Oh. Oh. Unerfahren. Ich bin auch unerfahren. Okay. Aber ich bin froh, dass mein erstes Mal mit Frau dich hat. Alter. Oh, juck, juck, juck. Und mit dieser Hand. Oh, Mann, ey. Ich hab auch meinen Spaß. Ich hab auch meinen Spaß. Ja. Oh. Das ist der Strudelstrudel. Dieses gelbe Teil. Das ist wichtig. Das macht ganz tolle Sachen mit ihm. Oh. Ja. Er dachte grad, er weicht den Strudelstrudel damit aus. Und dann kommt sie, ey. Perfekt. Siehst du? Alles nochmal von vorne. Das ist Spaß ohne Ende. Für die ganze Familie. Genau. So ein Disney-Klassiker. Boah. Die feurigen. Boah. Damit wir das jetzt, äh, das Piepen nicht mehr haben. Oh. Ich wohne was zu trinken. Ich hab die ganze Zeit noch nicht getrunken. Ich hab die ganze Zeit noch nicht getrunken. Ich hab die ganze Zeit noch nicht getrunken. Du hast sie vorhin vergessen. Da ist sie doch. Ja, da. Ha. Wollte ich das nochmal machen? Ach so. Wo ist man trinken? Ich will mich jetzt Wurstflaschen. Weg. Weg. Das haben wir entsorgt. Boah. Nein. Wie hab ich das hinbekommen? Wie hab ich das hinbekommen? Keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall bedient, dass du auf Anfall kommst. Was? Das war die feurige Anna-Kette. Der hat ausgewicht in den Abbruch in den Abbruch. Okay, das kommt mir nicht hinbekommen. Ich hab noch gesteckt. Nee, nee, nee. Das war jetzt hier. Bene, könntest du vielleicht... Wuh, juck, juck, wuh! Er schritten, Bene! Das ist mein Flaschen. Das hat mich entsorgt. Das hatte Flöhe. Oh. Er ist aber in der Nacht verloren. Das auch. Ach so. Verständlich. Mann. Wir sind sogar in den Raum gegangen. Oh, was da? Die schissen. Oh, die wurden gelegt. Ja. Juck, 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 juck. Zu geil. Und noch mal. Zu geil. Welcher arme Tops sich das auch immer angesehen werden, außer wir. Ja. Der wird immer was an Spaß haben. Und die... Also, falls ihr die Folge nicht gesehen habt. Geht so Folge 17 oder 18 oder so. Genau. Das müsst ihr sehen. Immer noch. Guck mal. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Wie ist das denn passiert? Guck mal! Wie ist das denn passiert? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ja, drei, vier mal noch so schätze ich einfach mal. Och cool! Und da kommt sie gleich wieder. Jupp, 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 wuuuuuuuuh! Ich glaube, meine Zunge wird langsam tauchen. Ich finde, wir haben uns verdient in die Hand raus. Jetzt, weißt du? Natürlich, sonst nie. Haben wir dir zu viel versprochen? Ist echt so, ne? Es ist irgendwie noch geiler, als man das so sagen könnte. Du hast bestimmt auch irgendwie erzählt, du Scheiß. Du Scheiß kann doch geil sein. Da kommt so ein kleiner Scheiß, Mann. Viel besser war ich auch nicht. Wir haben auch ganz zu lange gebrochen. Ja, aber hier kommt's doch geiler, oder? Ja, bei Eduard Laser, da konnte ich die ganze Zeit resetten und war die ganze Zeit sofort bei ihm. Ja, aber ich hatte ja immer die ganze Tempel noch mal wieder aufgucken. Genau. Also die Parts werden eigentlich doppelt so lang als Gesamtse. Das Geräusch, wie nur eine Kugel abrund, würfst du das gleiche Geräusch fort. Nupi! 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 Und das die ganze Zeit. Und hier erstmal, die hören nicht besonders gerne. Und dein Po, hast du es vielleicht noch ins Auto genommen? Hm. Und da bist du auch gerade, ne? Stefft mein Vater, wurscht. Wirklich. Ne, das ist gar nicht so. Wenn der Ton weggegangen wird, dann wäre er gelangt. Da ist doch wieder Schäpp. Ne, das ist fällig. Das ist nur so ein Flaschen. Das ist nur so ein Flaschen. Oh, ich tule, ich tule. Ich tule, ich tule. Los. Boah, diesmal ist ja ziemlich fix. Hier gibt es auch irgendwann viel Glück. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Du siehst mal, wow. Wenn der die Ethik gerecht wird. Und jetzt ja. Und schon. Und immer so krass. Und wenn der hier so... Boah, frech. Frech. Aber jetzt sehen wir doch in Action schon außerdem. Aber das war ein Fan. Dieser blaue, das ist ein Fan. Und dann gibt's noch den roten. Das ist der... Der Sandflug. Der Gründer quasi. So wie man kennt sich. Genau. Was ist das? Das kann ich... Da fällt mir doch nichts zu ein. Das ist irgendwie so... Unheimlich. Unheimlich. Okay, unheimlich. Oder ein bisschen nicht. Na? Das finden wir doch. Was sind die Stachis? So, wenn ich nicht so gut trage. Jawohl. Die Stachbund. Das passt nicht. Ich weiß nicht, was ist das? Jupjupjup. Da ist immer ein Dauber, der geschissen hat. Die Schuss. Ja. Der Boss... Der Boss einfach. Den denkt so, okay. Okay, geil, ne? Noch von dem anderen... Oh, jup. Oh, jup. Den Kopf noch. Cool sein. Sah aus, als ob er den Kopf selber tragen wird. Jupp, jupp, jupp. Schöne Sache. Aber weppelst du sie ja los, ne? Ja. So lange dauert der Palaschen. Oh. Okay, lass doch mal rein. Oh. Oh. Alter Bene. Der Rasen anstrengt. Oh, wunderbar. Oh. 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 Oh, ja. Doppelrape, oh, man. Doppelrape, man. Ach so, alles klar. Vielleicht nochmal. Ja. Hey. Hey. Und dann ganz schnell. Ja. Ja. Der Bumma vergisst. Und der Bumma. Erflich. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Und der S3 aussah. Ja, ja. Hier sieht alles cooler aus. Und bei der D&D haben wir es alles ein bisschen freundlicher gestaltet. Ja, irgendwie muss man das als bisschen haben, das Hausdrehen. Ja, ja, ja. Ganz klar. Ja, das ist das. Das ist ja so. Hier war alles noch. Ein Bandagenfetisch. Es war halt noch ein Bandagenfetisch. Was ist es später geworden? Keine Ahnung. Es war halt gesagt, es geht so geil aus. Schwule, Schwule. Guck mal, Schwule, Schwule hat sich abgelenkt. So weich schon, warum hat sich gefestet. Nee, ich bin ein Brom, habe noch kein Glas Wasser. Obwohl, das dachte ich eigentlich nicht verpassen. Naja, was willst du verpassen? Naja, ich... Moment. Das könnte ich verpassen. Das kann ich nicht verpassen. Genau, das wurde ich verpassen. Das verpass ich. Also, ich glaube, langsam haben wir alles an dir in den Champion. Wir kommen und machen wir sterben. Haha, jetzt hast du es gesagt. Challenge? Ja, irgendwas findest du bestimmt. Bene, bring dir ein Glas mit. Nein, nein, nein. Einmal ja. Zweimal vielleicht auch noch. Vielleicht auch drei, vier, fünf oder sechs Mal. Aber keine Ahnung, wie oft das jetzt war. Und es wird wieder passieren. Nein, jetzt nicht mehr. Ja. Steffen macht dir nichts mehr durch. Ja. Ohne Fehler. Ja, pass auf. Wie sagt der Kahn? Das meint das auch. Du hast gehört, dass Steffen das jetzt ohne Fehler durchmachen. Ohne Fehler kann man das jetzt nicht schaffen. Ja. Ey, dein Fan. Boah, das ist voll ernst. Aber das ist ja einfach irgendwie korrigert. Ja. Oha, das wäre jetzt gleich von... Na ja, ne? Oha, jetzt wird's lustig. Ja? Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Das ist hier... Die Riesenmotte? Wie? Die perfekte Riesenmotte. Okay. Ja. Ja, das ging schnell. Ja. Ja. Das wird dann Spaßig. Habt ihr ihn nicht das erste Mal gesehen? Ja. Oh ja, das erste Mal. Vorhalte er den Spaß hier, ne? Und die feurige Anahein. Und die feurige Anahein. Keine Ahnung. Oh. 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 Wieso? Oh, ich weiß, ne? Wegen der Hantel oder so. Ja. Steffen spielt so einen Teil normalerweise an einem Tag durch. Ach so. Ich lass mir jetzt nur Zeit, damit ihr euch nicht mehr nattert. Ich komm hier raus. Siehst du das nämlich auch, Steffen ist eigentlich bei den Profis und sowas? Okay. Er sagt es. Ja. 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 Nice. Jetzt bitte weinen. Jetzt bitte und dann stirbt. Und dann buenos. Dann ist er jetzt schon mal. Oh. 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 Ja. Für die zweite Mal dass erstmal nicht die Notfälle. Da ist alles alle. Genau. Genau. Und schwimmen kann er immer noch nicht. Ja, ich schwimmen kann aber nicht. Verschiedere, wo man nicht schwimmen kann! Jaaa. Also, ja. Das ist ja sehfähig gemacht. Das war eines der ersten Sache die ich gefunden hab. Ich bin halt nicht da lang gelaufen. Oh, schmuddelt, schmuddelt. Der war voll geflasht, dass er das gefunden hat. Oh ja. Oh, der Fan. So, wisst ihr was ich da kies? Was ganz beschissen ist, ich seh schon. Das war auch geil. Letztens wollte er an der Richtlinie gespielt, wollte er 6-State machen, ein Low-State gemacht. Das war in dem Pisspalast, wo auch das Nachthemd ist. Oh Gott. Ich möchte den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich möchte nicht wissen, wie out of range Steffen da war. Extrem, extrem gut. Oh, was ist denn? Oh, ich bin zu weit schlafen. Ich werde vielleicht auch keine Hände umfangen. Ja. Was für arschig. Ja, wenn die Hand noch runterkommt. Gerade mit dem Bonner ist das 1-1-Sammeln-Witz. Das, das programmier ich eigentlich. Das, 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 das Die ist weg. Ja, du hast ja auch mal den Feuer, weil ich glaube, dass du sie gar nicht schnell weggehst. Was? Meine Feuerdemo. Ja, hab ich eigentlich eingesetzt. Ich hab sie nur nicht getroffen. Einmal hast du sie halt voll getroffen. Okay, ich dachte nicht, dass das vom Feuer kommt. Deswegen hab ich wieder umgewechselt. Kommt immer noch nicht. Ich hab's vergessen. Meinst du das Schwer-Team? Die haben hier nämlich auch nichts abgezogen. Dann hat sie zwar unten gemacht, aber sie hat die Glitzer. Das hat sie ja nicht. Ich hab's gehört dazu. Nein, Feuer, Incent. Arrrrrrrr. A Person, who has an evil heart, gets a trial for the hero's destination to appear. And the hero must face the person who begins a great category. When the evil one destroys the hero, nothing can save the world from this wicked being. But a person of the knight of Hyrule, who protects the reality of Hyrule, In the darken areas, the type of evil who doesn't get angry with you. Deswegen, wir können einigen und weil es ist möglich. So leid. Und was? Aber das heißt doch Yuru? Y-Andersen, nein. Jetzt bitte nochmal. Ja, ich habe's gegenehm. Ja, zuge gemacht, bitte sein, yeah. So, muss ich immer da noch. Ich darf nicht, wo so noch dieser Länger noch schirmt. Genau, und noch so ein paar Paläster schaffen. Achso. Woher bin ich jetzt noch überlegen? Achja, das ist das Blumen-Pott oder Blumen-Toff-Flat. Blumen-Pott. Okay, Blumen-Pott. Ich kenne das raus. Das ist ja... Das heißt, das ist wieder... Oh, was ist denn? Natürlich, das ist er. Und das sind... Ich muss mich erstmal orientieren. Das sieht halt ein bisschen anders aus als irgendwie... Oh ja, bedeutet anders. In der Neuauflage. Diese springenden Dinger sind halt die Blumen-Pöscher. Ja. Du kannst doch was viel geileres machen. Einfach den Gerichten. Ja! Uh! Du kannst es hier jetzt drinnen nicht machen. Oh, kannst du auch. Dein Fanclub ist hier. Was kann ich, was jetzt passiert? Mach mal den Spiegel. Ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Ja, wo ist der Anfang des Anschlusses? Ja, wo ist der Anfang des Anschlusses? Ist es da, wo ich reingefallen bin? Ja, doch. Das ist ja immer an der Tür. Boah. Boah. Komm, einmal kann sie noch. Ich glaube, sie will noch einmal kommen. Ja. Ja. Die Hände dürfen das auch. Toll. Blödi. Er ist halt nicht so der Fan. Das ist ein junger Fan. Oh, die stelle aber auch besonders toll. Ich bin. Geht schon, ne? Ja. Hey. Hey. Du gehörst. Oh, da komm ich ja gar nicht durch. Ja. Das ist ja sehr stark. Danke. Ich bin halt einfach. Oh. Ja. 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 Und jetzt schnapp ich mir sogar sein. Ne, das lass ich. Also das war nicht drin. Ja. 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 Ich bin da absichtlich. Ich hab Steffen auch voll gute Tipps dir die ihn wohl nicht herkriegt. Berge, Wasser, Tempel. Oh, cool. Okay. Wo lernt man schwimmen? Wo lernt man schwimmen? In den Bergen. Ja, natürlich den Bergen. Wo sagt's? Also Steffen, wo du musst jetzt nicht haben wollen wie? Ich bin nochmal voransprünglich. Ja. Erstmal, das ist mir gestern noch, eh als ich mir ne Aufnahme angeguckt hab aufgefallen. Ich weiß nicht welcher Part das war, aber. Ich weiß nicht, dass ich mit meinen Sorgen ziehe. Oh man ey. Da war es ja irgendwo. Warte mal gucken. Ja, genau. Achso. Da kommt man dann nämlich hier oben hin. Oh, heftig ist der jetzt halt, ne? Und noch eine andere Sache ist mir aufgefallen. Der gehe ich jetzt auf. Verdammt. Moment. Myumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyumyum. Das ist ja das Gefühl, wir haben uns das entgoogelt oder so. Nee. Wann war sie gestern hier? Na ja, gestern doch nicht in irgendeiner. Na ja, gestern doch nicht in irgendeiner. Welche Aufnahme ist das schon mal der Stuhl? Ich weiß nicht, ne, da bin ich dran vorbei gelaufen. Ja, das ist er wirklich. Also das hat man deutlich gesehen, dass er noch... Da habe ich auch noch überlegt, sag ich da jetzt was oder... Muss er ja gesehen haben? Also hängen geblieben sollte er schon sein, so... So groß ist das... Wollen wir sehen, was er noch gesehen hat. Eine Sache... Ich glaube ich weiß, was du gesehen hast. Er kann schließlich den Stein noch nehmen, er kann noch nicht schwimmen. Ja genau, er kann die Degsen, sogar die Degsen kann er schon hochnehmen. Wer hat ihn ja irgendwie zum Vierten oder Vierten? Ja zum Vierten habe ich ihn ja auch schon erzählt, weil er den Zweiten eigentlich nicht parket. Der kann man nicht... Nee... Er ist ja falsch. Den vielleicht füllen wir noch vorher schon. Ich nicht. Kann man noch sehen. Kann man noch sehen. Und kann einen auch für den Vierten haben. So... Ich muss jetzt echt überlegen, ob er noch einen ohne den Zweiten zu machen. Aber nein, der sagt glaube ich... Oh, ich glaube du kannst sogar den Fünften noch. Nee, dann muss... Du kannst ja den Sieg schon vormachen. Dann ist er abgekackt. Nee, dann musst du glaube ich das machen. Nee... Du kannst sogar den letzten machen, aber... Also ohne den Degs zu machen. Natürlich... Alter... Das ist ziemlich Zeit. Es war für mich immer das Zeit, dass der Loch oben reingehen konnte. Ja? Ja? Ja. Take some Rupees, but don't tell me what I can't do. Give me that. Oho, geil! Ja, das hat man alles. Ja. Das hätte ich jetzt nicht viel gebracht. Alter, macht Spaß. Nee, irgendwie nicht. Und... Rubinas! Und... Und... Rubina! Rubina! Oh man! Oh man! Oh man! Das ist ja... Das sind voll ausgenommen, man! So, das waren die zwei Sachen, die ich noch nachgucken wollte. Schön. Ähm... Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Dings herkriege. Uuuuh... Schön geflossen. Karte! Was? Karte! So... Jetzt gucke ich wieder auf den... Wo könntest du... Ich will immer noch mal gucken, ja? Den kannst du... Hm... Wo könnte man schwimmen lernen? In irgendeinem See? Das ist einfach nicht bei einem See. Ja, Pierre... Ja... 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 Oha... Vielleicht einfach in einem Wasserfall. Oha... Oha... Ist also Pierre da schon ziemlich früh... Ja... 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 Wir sind ziemlich früh... Also... Ich hab ja schon gesagt, bevor ich in der Schattenwelt war, hatte ich schon lange schwimmen. Ja, ich hab ja schon gesagt, du konntest schon in der Lichtwelt jetzt reden. Oha... Ja... Also der Schattenwelt ist vielleicht ein bisschen medium. Ja... Was steht hier auf dem Schild? Das ist Raybon Shop! Ja... Ähm... Oh... Schön... Das war ja gar nicht... Das war ja gar nicht... Das war ja gar nicht... Ach ja... Noch was... Mach mal das U von... U Dora... U Dora... U Dora... Ja... Bei neuen kannst du dir alle schon vorholen... Ja... Jede Waffe die du willst... Ja... Dann kannst du dir alle schon vor Rubine aus... Ja... Dann kannst du dann wirklich schon an dem letzten Palast machen glaube ich... Ja... Was du ja schon alles hast... Außer die... Die Schuflosten ist halt sehr gut... Und die Stärke halten... Aarge... Die festen... So die... Story... Wichtigsten... Ja... Mal schauen... Da ist so ein See... Ne... Ne... Da ist ja nicht groß... Das ist halt wie so diese Standardsachen... Ja... Das ist halt ein bisschen... Ein Lückmaschner... Mal schauen... Also hier ist ein See in der Nähe von den Bergen... Ja... Költen... Oh... Guck mal... So viel Wasser... Ja... Ja... Warst du da schonmal? Ja... Ne... Bin ich schonmal dran vorbeigelaufen... Okay... In der Schattenwelt... Ja... Herzlichen Glückwun... Da hat ja so ein Typ so ein geiles Erzmeldet... Ja... Oh... Das ist ein bisschen... Ne... Und der einfach... Oh... May I help you? So like... Oh... Thank you very much... Oh... Thank you very much... It´s the head of a... Pig... A gay pig... You got... Her... Her... Heart... No... Mm-hmm... What does spell it? Oh... 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 Okay... Oh... Oh... Er... 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 I´ll pack some Trasons... And then... We get some... Er... Er... Oh... 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 Verdammt... Ich bin genau auf der falschen Seite... Korrekte Schmeckung... Tja... Unglaublich... Der falschen... Alles... Das ist still... Oh... 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 Ja, das stimmt. Gott ist einfach so unlautig, ja. 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 Ich wollte es halt mal ausprobieren. Guck mal, was raus ist. Ja, da drauf ist halt dein Arzt. Schnauzer ausgedampter Zeugpunkt. Ich glaube, wenn es dich abends ein Zwirbeln geht, äh, das Haus ist völlig unlautig. Ich glaube, was hat sich jetzt voll gelohnt. Na, ich wollte es halt mal ausprobieren. Stimmt. Stimmt. Heute ne. Oha. Oha, this way. Magic Shop. Waterfall of Wishing. Oh my god. Ohohoho. Ohohoho. Ui. Das war ne Sipsum. Ja. Aber sowas von. Wolltest du nur kurz jetzt schlagen? Hier wieder so ein Schiff? Ein kleines Schleifes? Mmh, this way of rotten fruit. If you give me that. Woah. Woah. Ich hab da erstmal ein Ei gelegt. Jetzt gehst du gar nichts mehr. Oha. 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 Warte, 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 warte. Oha. 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 Ah ja. Da war ja was. Soa, ich bin später wieder hier. Definitiv. Was hast du jetzt in meinem Geburt gebracht? Oh, nicht so gut. Einfach geklaut? Was hast du denn? Oh, du, du... Ich bin der Wester-Jule, meine Mutter. Ich bin der Wester-Jule. Ich habe mich über die Börse geklaut. Ich bin der Wester-Jule. 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 Hier war ich aber auch nicht Moment, ich kippe, mach mal jetzt das magische Puder Das musst du jetzt auch die machen Ganz ehrlich, jetzt machst du das ja gar nicht So, jetzt mach mal Arbeit den Sprech sie mal an Talala, hallo Posa Die Typen sind witzig Dann sprechen sie mit dir Das sieht total panna aus In meinem anderen Teil reden sie über Kondome Okay Ne, die war doch mal was Die reden ganz kaltes Das ist kein Befeister Bei Bei Awakening Ja, er wird die Pandemie Angesehen, das ist voll gut Kann Das ist gekratten Und, naja, die Typen Hm 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 Ja, das sollte so sein Das sollte auch so sein Ich bin Oh, die Scheiße, was wir sehen jetzt Oh, das soll jetzt einfach nur geil sein Ich liebe diese Ecke hier Ich weiß, die natürlich meine absolut geilste liebste Oh, da ist man sich übersehen. Oh, da ist man sich übersehen. Oder? Nein, du kannst aber auch nicht schwimmen. Ne, ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du musst mal erwischen, in dem Moment, wo ich so schwimmen. Dann geht mir richtig ab. Okay. Das hast du gut erkannt vorhin. Warte, warte, warte. Geh dahin. Boah, na, sie müssen mit dem Fett verpacken. Aber besser, du machst vorne. Die Hübeklänge. Ah, wir sind voll geil ausgetrickst, ne? Nein, das ist gut. Das ist auch nicht. Nein, das ist nicht verfordert. Oh, mein Gott. Oh, ich bin ein Siko-Tempel. Kann das schon? Na, Moment. Ah, 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 ah. Das ist doch. Es geht, es geht. Ja, aber es wird so kleiner Mann. Willst du mich was fragen? Oh, wie viel Flippers! Ah, 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 ah. Wait a- Warte, ey, ähnlich hängt er mir so also nicht. Kommt er jetzt noch mal wieder? Ah. Jetzt aber. Wir wissen, wir wissen, dass er letztlich wieder nur Rückkehrsfall vorwärts geht. Vorwärts? Geil. Kann ich jetzt aus dem Wasser verwundern? Ja, keine Ahnung. Scheiße. Ich dachte gerade in die Schule. Ja. Oh, 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 oh. Nee, erst mal das Seepferdchen. Jetzt kommt ihr das Herz? Jetzt geht noch ein bisschen weiter in das Holz. Nein. Jetzt kurz warten, kurz warten. Die Seepferdchen muss das Seepferdchen kommen. Nein, ich musste beides kommen. Tschüss. Die Seepferdchen. Die Seepferdchen. Erst Seepferdchen. Die Seepferdchen. Weißt du, dass wir Freischung gehen? Gibt's nicht. Der Fisch. Ja, Bombe. Na ja, in die Richtung wo das sollte sein. Dann wird sie einfach schneller. Ja. 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 Ja, da komm ich irgendwo raus. Oder wie war das? Ja. 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 Oh, okay. Oh, fucking Teepferd. Oh, was das doch... Oh, was das doch... Hehehe. Komm, da ja klar. Wah. Ja, ja. Oh, das sind die Übobüchen. Ich denke, ja. Ich meine, hat noch eine Vollzeit. Ich weiß gar nicht. Hm. Und ich weiß gar nicht. Oh, die GD-Teilchen. Gehen wir das Ganze vorbei. Ich bin glücklicher geworden. 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 die Kälte war und ist bei den Feedingern seiner folgenden die Steine hochgehoben das kann er entkommen ich habe früher versucht, dieses Eis-Dings mit Duplo-Stein nachzubauen, kann aber nicht das weiße Duplo-Stein, das hat mir voll geärgert. Boah, cool. Na, Duplo? Na, Duplo. Seid er geil. Lebo hatte ich alles. Ich weiß nicht, was Duplo ist. Duplo. Und die wahrscheinlich längste Pferlinie der Welt. Nein, Duplo-Steine. Wie sehen die aus? Fetter, dicker. Das ist quasi Lego in Dick. Ja, man kann so ganz gerne Scheiß machen. Das gibt man gerne Kindern in die Hand, weil das sind dann so diese ganz großen Steine, die kann man auch genau billiger aufeinander stecken. Ja, die sind quasi ungefähr so, 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 so. Genau, und solche dicken Nopsis auch so. Ich glaube, ich habe die auch. Ja, das heißt, bei Kindern gibt man kein Lego. Ja, die Tupu-Steine sind ein bisschen korrekter, ey. Hey! Mit denen wollte ich halt Basseiskram danach bauen. Das war das. Das ist dann sowieso. Ich will den Basseis. Oh. Da kann ich nicht gut. Du kannst aber voll gegenlaufen. Ja. Da habe ich auch gemacht. Vielleicht kannst du aber eben... Den hier? Ja. Boah, sieht ziemlich aus wie der andere. Ne, kann ich leider nicht. Roter Planet. Roter Planet. Roter Planet. Scheiße, ey. Ganz viele roter Planet. Grüner Planet. Gelee, das ist, wie habe ich ihn jetzt genannt? Ne, nicht falsch. Blau-Ginie-Teilchen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich darf jetzt die ganzen... Die ganzen Fleckbeck haben, der kommt. Ja, aber schon, die Karte ist... So, okay. Fast... Quasi eins zu eins ist. Jetzt hab ich die nicht erkundet. Ja, da haben sie, da haben sie, sie bekommen sie auch nicht. Siehst du? Ach so, das ist ja das, die von der Karte offen sind. Ach so, das ist ja das, die von der Karte offen sind. Das ist ja das, die von der Karte offen sind. Ah, mach Scheiße. Ach so, ne? Mhm. Ist natürlich ein bisschen gut. Ja, die Wimmer und Beischung. Was? Ja. Die Wimmer finden wir irgendwie am Unterdicht. Voll geil, Mann. Siehst du? Tür! Headshot! Weißt du, was geil ist? Noch nicht reingehen. Geh mal nach unten. So an den Rand. Ganz an den Rand. Meinst du so? Na, an den Rand. Ganz an den Rand. Dann geh ein bisschen, ein bisschen weiter näher. Das ist einfach ein Fahrer außen. Jetzt kommt er nicht wechseln. Doch, so kucke geht's doch ganz einfach, Colin. Ne? Warum verschenkst du dir alle Ruf? Ich sehe eine Sprung, selbstverständlich. Ich bin einfach so sexy, wirst du nicht? Naja, du bist die Rufe von denen. Ja. Geil. Äh... Wo ist der für den Sprung? Ja, okay, dann ende ich hier mal die Folge am besten. Da die doch schon ein bisschen lang ist. Und die nächste werde ich dann einfach da an der anderen Stelle, wo ich vergessen habe, das Loch einzusprechen. Wo noch die Kisseränder war, wo ich jetzt ran will. Deswegen bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.